Du legst dein Geld auf dem Sparbuch, auf einem Festgeld oder vielleicht einem Tagesgeld an, möchtest aber ETF-Investor werden, dann bist du heute hier genau richtig, denn ich habe mir Richard Dietrich Ritchie von der Börse Stuttgart eingeladen und wir sprechen, was der große Vorteil ist, wenn du dein Geld nicht auf einem Sparbuch, Festgeld oder Tagesgeld anlegst, sondern es in ein sinnvolles ETF-Portfolio anlegst und was für Vorteile es dich hat bei deinem Vermögensaufbau. Es ist ein Grundlagengespräch, also für jemanden, der noch nicht so in der Materie ist, ist es der perfekte Einstieg, hier in diese wunderbare Welt der ETFs nun einzusteigen und zu dem Gespräch wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Hi Ritchie, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal bei Extra ETF zu einem, ja würde ich sagen, man kann schon sagen, es ist eine Auftaktveranstaltung, was wir heute machen, denn wir beide haben jetzt die große Ehre, die große ETF-Themenwoche, die wir ja mit der Börse Stuttgart zusammen im Rahmen unserer ETF-Awards-Verleihung heute starten dürfen, zu eröffnen. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich, dass ihr dann darf. Ich bin gespannt und ich weiß ja das Thema, aber ich bin gespannt, ob wir da einer Meinung sind, weil wir ja gesagt haben, komm, lass uns nicht irgendwie, du stellst die Frage, ich die, sondern lass uns darüber diskutieren und das ist ja auch ein Thema, das passt, glaube ich, wunderbar zum Einstieg von so einer Themenwoche, weil wir haben ja gesagt, lass uns darüber sprechen, vom Sparbuchsparer zum ETF-Investor, ist das ein gangbarer Weg, welche Stolpersteine gibt es und ja, warum macht das nicht eh schon jeder? Ich meine, nach dem Video heute werden sich hoffentlich viele überlegen, ja, könnte ich doch auch tun, was wir hier noch nicht getan haben oder sie fühlen sich bestätigt. Ja, genau, vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung, die Themenwoche findet bei uns auf dem YouTube-Kanal und auf eurem von der Börse Stuttgart statt. Das heißt, wir haben jeden Tag zwei Videos zum Thema ETFs, Geldanlage mit verschiedensten Partnern, die hier Rede und Antwort stehen und ja, wie gesagt, wir machen jetzt den Auftakt und es passt natürlich, weil man weiß ja, Börse Stuttgart aus dem Schwabenlande, du darfst jetzt die Rolle des Sparbuch-Sparers übernehmen und ich des coolen und renditestarken ETF-Anlegers. Gut, okay. Sparbuch-Sparer haben ja durchaus auch kleine Vorteile, muss man sagen. Aber vielleicht mal vorweg, jeder, der am ETF investiert, hat davor auch schon mal gespart. Weil wichtig, Sparen heißt ja an sich nur Konsumverzicht. Ich gebe was nicht aus und lege es zur Seite. In Deutschland ist es halt lange Zeit so gewesen, ja, man hat sein Sparbüchle, da gab es früher mal, ich weiß nicht, zwei, zweieinhalb Prozent, da waren wir ja ganz zufrieden. Auch damals war die Inflation halt meistens, mit damals meine ich 2000er, Ende der 90er, war halt die Inflation auch schon bei drei, vier, fünf Prozent. Also unterm Strich hat man im Sparbuch auch verloren, es fühlte sich aber gut an. Das war aber einfach der normale, übliche Weg, weil man musste sich selber beschäftigen, wenn man mehr machen wollte. Selber direkt das Aktien investieren war für viele einfach viel zu weit weg. Heute sind wir langsam gesellschaftsfähig, aber für längere Zeit auch nicht machbar. Und deswegen sind auch viele Deutsche vom Sparbuch vielleicht noch zu einer Lebensversicherung, zu einer Rentenversicherung, zum Bausparvertrag gegangen und haben das als Anlagemöglichkeit genommen. Ich möchte jetzt keine der Branchen irgendwas Böses tun, aber überall, wo Versicherung drin steht, dann weiß man halt, das ist nicht unbedingt das beste Produkt, um wirklich Geld anzulegen. Damit versichere ich mich gegen irgendwelche Risiken. Alles toll, aber zum Geld anlegen vielleicht das Falsche. Nichtsdestotrotz, ich muss sagen, so ein gewisses Puffer sollte hoffentlich auch jeder ETF-Sparer haben, weil vorteilhaft im Sparbuch, ja, du hast es schon gesagt, die Performance auf lange Sicht, da ist der ETF halt, wenn man mehrere Jahre anschaut und nicht gerade einen absoluten Branchen-ETF zu Corona, einen Tourismus-ETF gewählt hätte, ist auf breit gestreuter Front immer besser unterwegs. Nichtsdestotrotz kann genau dann, wenn meine Waschmaschine mal kaputt geht oder meine Autoreparatur braucht, der ETF gerade am Boden sein. Also jeder sollte, es gibt so die Faustregel, das zweifache Monatseinkommen, also habt einfach genug auf der hohen Kante, um zur Not nicht die ETF verkaufen zu müssen. Und das finde ich deswegen nicht schlecht, Sparbuch zu haben. Aber danach sollte man sich durchaus früher mit einem aktiv gemanagten Fonds beschäftigen, ja, da wissen wir beide, können wir nachher auch noch sagen, besser als gar nichts, das muss man auch erwähnen, aber die erstmaligen Kosten, die Ausgabeaufschläge von manchmal 5%, 1,5%, 2% laufende Kosten, dann kommst du halt nicht so schnell ans Ziel, als wenn du nur keine Ausgabeaufschläge und 0,1% laufende Kosten hast. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu den ETFs, wo man halt sagen muss, das wäre dann dein Part, ab wann glaubst du, dann sollte so ein klassischer Sparbuchinvestor, sagen wir, ich habe 10.000 Euro auf dem Sparbuch und ich brauche eigentlich 4.000 auf der hohen Kante, sollte ich dann gleich sofort 6.000 Euro in ETFs reinhauen oder glaubst du, heb mal den Zehenswasser und schaust dir an, also wie sollten da gerade die Anfänger am besten vorgehen? Ja, also ich glaube, das Sparbuch steht ja heute auch so ein bisschen als Synonym für andere so kurzfristige Geldanlageformen wie Tagesgeld, Festgeld, gibt ja da verschiedenste Angebote, aber wie du schon gesagt hast, alle diese Angebote haben halt eins gemein, sie bieten einen nominalen Erhalt des Geldes, also ich kriege meine 5.000 Euro immer wieder zurück, das Problem ist nur, dass die 5.000 Euro halt durch Inflation über die Jahre hinweg weniger werden, hast du schon erläutert und deswegen muss man halt eine Geldanlage sich suchen, die halt strukturell die Chance hat, mehr oder eine höhere Rendite abzuwerfen als die Inflation, weil so kann ich dann langfristig wirklich ein Vermögen aufbauen. Und die Frage, wie viel Geld ich wirklich investieren sollte von meinen Ersparnissen, und wenn ich jetzt bisher noch gar keine Erfahrung am Kapitalmarkt habe, da würde ich sagen, bevor man sich da die Gedanken macht und schon vielleicht loslegt und irgendwie eine Produktsuche aufruft, um da hier den besten ETF oder so rauszufinden, die Kernfrage, die aus meiner Sicht oftmals übersprungen wird, ist, für was will ich eigentlich das Geld anlegen? Also das sind dann Fragen, die man damit beantwortet, wie ist mein Anlagehorizont? Wie viel Risiko kann ich denn und bin ich denn bereit, überhaupt einzugehen? Weil das hat dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein moderates Risiko, moderat ist ja auch so ein schwammiger Begriff, ich will nicht so viel verlieren zum Beispiel, dann kann man trotzdem in Aktien investieren. Viele denken ja, das geht ja dann gar nicht, weil keine Risiko, Aktien sind risikoreich, aber das stimmt gar nicht, wenn man nämlich ein Portfolio sich so strukturiert aus verschiedenen Anlageklassen, dann hat man halt vielleicht etwas weniger Risiko, natürlich auch weniger Rendite, aber im Idealfall immer noch mehr Rendite als die Inflation. Lass mich vielleicht mal kurz einhaken, du sagst gerade, ich möchte nicht so viel verlieren. Muss man vielleicht auch bei der Überlegung sagen, eigentlich möchte ich natürlich gar nichts verlieren. Aber entscheidend ist ja, ich verliere ja erst dann, das klingt jetzt auch total bescheuert, wenn ich mit Minus verkaufe und deswegen sollte ich halt überlegen, dass ich die Investition tätige mit etwas, wo ich nicht gezwungen werde zu verkaufen, sondern selbst entscheiden kann, wenn ich verkaufen möchte. Und dann natürlich auf dem Buch, du hast es gesagt am Anfang, das tut echt weh, wenn man 10.000 investiert und nach einem Monat sind nur noch 9.000 auf dem Papier übrig. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt, du hast gesagt, Anlagehorizont, aber auch das Bewusstsein, es ist nicht wie auf dem Sparbuch, da ist immer 5.000, es wird nie weniger, sondern es kann theoretisch mal weniger werden, aber ich muss ja nicht diesen Verlust sofort realisieren. Ich glaube, dieser Schmerz, dieses Bewusstsein, du hast recht, ich glaube, das muss man erst mal lernen. Ja, weißt du, ich glaube, ein Punkt, da gibt es ja auch immer die Frage, wie finde ich das richtige Risiko für mich? Und ich habe da immer ein Beispiel, wo ich denke, das muss man sich einfach auch so ein bisschen so bewusst machen, weil man ist ja in der Finanzwelt, definiert man ja Risiko durch zum Beispiel Volatilität, also eine Schwankung des Portfolios oder durch so ein Maximum-Draw oder den maximalen Verlust, den ich in der Vergangenheit damit erzielen konnte. Aber was heißt schon 40 Prozent, 50 Prozent, ist das jetzt viel wenig? Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, wenn jetzt die weltweiten Aktienmärkte um 50 Prozent einbrechen, da ist schon sehr viel und sehr Schlimmes irgendwas passiert, ein schärferer Einbruch in der Wirtschaft oder irgendein anderes Event. Passiert nicht so oft, aber passiert. Ich finde, man muss da immer noch so eine, ich sage mal, eine persönliche Komponente mit reinbringen. Und ich glaube, der Finanzvisier, den kennst du ja auch, den… Den träge ich auch im Video in unserer Reihe, genau, freu dich drauf. Genau, den Albert Warnecke. Der hatte mal vor Jahren bei uns einen Vortrag gehalten und der hatte so eine Grafik, die war im Endeffekt so aufgebaut, ja, wenn ich jetzt 10, 50, 100, 1.000, 1.000.000 investiere, ja, es gibt ja auch Menschen, die mehr Geld haben, und wie viel will ich verlieren? So, und wenn du halt, du hast vorhin jetzt selber 1.000 Euro gesagt, wenn ich 1.000 Euro verliere, egal wie viel ich investiert habe, selbst wenn ich 1.000 Euro, oder sagen wir 2.000 investiert habe und ich verliere 1.000, der absolute Betrag 1.000 Euro ist halt nicht so hoch, dass man ihn in seiner Investmentkarriere nicht noch ersparen wieder könnte, ja. Anderes Beispiel, wenn ich jetzt aber eine Million investiert habe und ich verliere eine halbe Million und das kommt nicht wieder, das ist schon deutlich schwieriger bis zu unmöglich, das wieder über normales Einkommen wieder anzusparen. Und deswegen gibt es so ein, glaube ich, so einen gefühlten Eurobetrag, den jeder für sich selbst auch definieren muss, wie viel bin ich bereit eigentlich zu verlieren und welche Chance habe ich denn in meiner persönlichen Situation, diesen Verlust auch ohne eine positive Markteentwicklung wieder zurück zu erwirtschaften oder zurück zu sparen. Und da muss man, finde ich, auch immer drüber nachdenken. Aber da werfe ich nochmal ein, ich bin ja nicht bereit, es zu verlieren. Ich bin bereit, diesen Schmerz auszuhalten, dass ich theoretisch, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, immer wenn man jemand, der sich neu mit Börse beschäftigt, über Börse unterhält, dann kommt immer genau das, ja, da verliert man doch alles. Also verrückterweise verlieren alle damit Geld, merkt man auch in der Politik, total riskant, alle verlieren damit. Komischerweise haben aber die Reichen gerade in der Krise mit Aktien, mit solchen Werten Geld gewonnen. Und ich glaube, wichtig muss man sagen, du hast recht, man kann punktuell definitiv verlieren. Je spezieller du Einzelaktien kaufst, da kann das Risiko auch bleiben, dass der Verlust eben ein Verlust bleibt, dass sie nicht erholt. Wir sprechen auch von ETFs, das ist ja schön, du kaufst einen Korb, du kaufst zum Beispiel die 40 DAX-Aktien, die können mal gesamtwirtschaftlich runtergehen, weil es der Wirtschaft schlecht geht, weil es einen Anschlag gibt, sonst irgendwas. Aber historisch gesehen weiß man, dieses Verlust, heute ein Verlust, kann in fünf Jahren wieder sein, insgesamt 30% gewinnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt vom Sparbuch-Sparer, zum ETF-Investor zu verstehen. Ein Verlust ist bei einem ETF eine Momentaufnahme und die kann sich auch sehr schnell wieder bewegen. Nichtsdestotrotz darf ich halt nicht aus Panik sagen, ich habe es doch gewusst, Teufelszeug, ich verkaufe es und dann nach einem Jahr sind wir halt wieder beim Einstieg. Ich glaube, das ist das Risiko, was am Anfang durchaus bewusst sein muss. Ja, genau. Wir sollten vielleicht nachher auch nochmal gucken, wie kann man denn ganz gut investieren, weil du hast jetzt den DAX angesprochen, das ist ein Weg für den deutschen Aktienmarkt, aber wenn man wirklich breit streut, da gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten und da können wir auch vielleicht nochmal ein paar Vorurteile oder Missverständnisse sozusagen thematisieren. Ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt drauf und zwar auf das, wie kann man investieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jetzt heute sich wirklich neu an das Thema heranwagt und sagt, okay, also sagen wir mal, der hat jetzt verstanden, man muss Rendite stark investieren, man sollte in den Kapitalmarkt, also in Aktien investieren, um hier durch dieses höhere Risiko, was man da grundsätzlich mal eingeht, auch einen höheren Ertrag langfristig zu verdienen und jetzt stellt sich dann für mich die Frage, ja, wie kann man investieren? Ja, und da gibt es ja im Wesentlichen verschiedene, oder es gibt zwei Varianten, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist so Thema Eimeranlage, also ich habe einen Anlagebetrag, ich überlege mir, wie investiere ich das und investiere das heute und das andere Thema ist ja das Thema zum Beispiel über Sparpläne, also wenn ich aus meinem regelmäßigen Einkommen jeden Monat 100, 200 Euro zum Beispiel investiere. Beide Varianten gibt es, was kannst du zu beiden Varianten sagen? Also, ich finde persönlich, wenn ich eh schon Geld habe, gibt es natürlich welche, die sagen, wenn ich jetzt anlege, kann es vielleicht sein, in fünf Tagen ist der Kurs tiefer, dann sollte ich es nicht. Wenn ich mir diese Sorgen wirklich mache, dann mache ich es halt in zwei oder drei Tranchen. Aber statistisch gesehen ist eigentlich jeder Tag, wo ich nicht investiert bin, normalerweise ein verlorener Tag und deswegen würde ich sagen, ich persönlich, wir machen keine Beratung, keine Empfehlung, das haben wir eben wahrscheinlich, irgendwo noch ein Disclaimer zu sehen, aber würde dann sagen, komm, wenn ich nicht wirklich gerade das Gefühl habe, überall klingt es ganz, ganz negativ, dann würde ich einfach die Investition starten und sagen, das soll mal ein Einstieg, jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Dass dieser Coast Average Effekt, wie man gehört von einem regelmäßigen Ansparen, ist für jemanden, der neu einsteigt, perfekt. Weil wenn ich eh nichts habe, ich fange mit jedem Monat 100 Euro an, warum soll ich warten, bis ich 1.000 habe? Leg jeden Monat 100 Euro automatisiert an und am Anfang ist, wenn der Markt steigt, dann kriegst du für die 100 Euro ein bisschen weniger ETF, wenn er fällt, kriegst du ein bisschen mehr. Bis zum gewissen Zeitpunkt, meine persönliche Meinung, eine Top-Sache. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da bringt es mir nichts, dass ich meine nächsten 100 Euro billiger kaufen kann, weil die 20.000 Euro, die ich schon angespart habe in ETFs, die hinten auf dem Depot drauf liegen, die werden halt auch weniger wert. Also meine Meinung nach ist folgendes, wenn du Geld hast, leg sofort an oder machst zwei Tauschen draus. Ansparen ist super. Wenn du aber irgendwann einen richtig großen Batzen schon hast, dann kannst du ja trotzdem das Geld ansparen, aber nicht gleich einen ETF pumpen und dann vielleicht eins, zwei im Jahr Einzeltranchen tätigen, weil du glaubst, nach fünf Jahren Ansparzeit, ich glaube, man kriegt irgendwann auch so ein bisschen Gefühl, das klingt total blöd, wenn jemand sich noch nie damit beschäftigt hat, aber irgendwann kriegst du ein bisschen Gefühl für den Markt und kannst sagen, hey, jetzt haben wir wieder einen Moment, da kam der Markt runter. Früher hättest du jetzt gedacht, boah, jetzt muss ich verkaufen. Nach einer gewissen Zeit hast du einfach die Erfahrung und sagst, gut, jetzt habe ich da 1.000 Euro angespart, die ich nicht investiert habe, die packt jetzt wieder rein und warte wieder ein Weilchen. Also ich sage deswegen, Sparplan ist bis zum gewissen Punkt gut und danach kann man es versuchen, auf Einzelinvestments wieder zu tätigen oder man lässt es einfach laufen, wenn man einfach sagt, ich traue es mir nicht zu. Auch dann ist es nicht schlimm, aber der große Vorteil, Coast Average, geht irgendwann so ein bisschen verloren, weil 100 Euro günstiger bekommen, macht einfach den Kohl nicht mehr fett, wenn ich schon 20.000 habe, die auch weniger wert werden. Ja, das stimmt. Das stimmt, der Effekt, den du gerade beschrieben hast, aber weißt du, was ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, das ist dieser psychologische Effekt, weil das Schöne, es gibt ja so diesen englischen Spruch Fire and forget, ja, man legt einmal den Sparplan an und lässt ihn laufen, weil er automatisch dann vom Gehalt wird es irgendwie ausgeführt und das Thema ist erledigt und so kommt eben über die lange Zeit dann ein beträchtliches Vermögen zusammen und wenn man das unterbricht und dann sagt, nee, nee, jetzt bin ich mal schlauer, jetzt lege ich die 200 Euro mal auf dem Konto an, bis ich mal 2.000 Euro habe und dann, wenn ich der Markt günstig ist, dann investiere ich. Da sind so viele Wenn-Dans drin, dass dann vielleicht ein neues iPhone oder was auch immer dann dazwischen kommt und dann wird es eben nicht investiert, sondern irgendwie das neue iPhone gekauft und das ist halt schon eine Gefahr und da ist aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich habe jetzt auch immer wieder Sparpläne, so kleinere Sachen, aber ein Großteil meines Vermögensaufbaus ist ja die Firma, die ich gegründet habe und deswegen spare ich jetzt nicht so ultra viel jeden Monat weg, sondern steckt da viel in der Firma eben drin. Sparpläne sind super, weil sie disziplinieren und ich bin selber dann immer wieder überrascht, wie viel dann doch nach 1, 2, 3 Jahren zusammengekommen ist, vor allen Dingen, weil man es gar nicht gemerkt hat und ich habe eine persönliche Erfahrung, das war jetzt kein Sparplan, das gab es damals so noch nicht, ich habe zu Beginn meiner Ausbildung, 1991 habe ich eine Lebensversicherung abgeschlossen, so eine ganz klassische Kapitallebensversicherung mit hoher Grundverzinsung, alles steuerfrei, also eine tolle Sache und da habe ich 100 Mark angefangen, das war damals von meinem Ausbildungsgehalt echt viel Geld und die ist vor zwei Jahren ist die ausgelaufen, also ausgezahlt worden, das war jetzt auch nicht so der übrige Betrag, aber dieses Geld, das ist ja jedes Jahr auch nochmal gesteigert worden mit so einer Dynamik, 2, 3 Prozent oder so und ich habe mein ganzes Berufsleben, ist mir dieses Geld, was ich da eingespart habe, eigentlich nirgendwo abgegangen oder auch nicht aufgefallen, es ist einfach so immer abgebucht worden und es hat auch immer irgendwie gepasst, es war nie so gesetzt, dass ich gedacht habe, oh jetzt kommt wieder die Rate, jetzt muss ich schauen, dass ich genug Geld auf dem Konto habe, sondern es ist so mitgelaufen und das ist echt der gelebte Beweis aus meiner Sicht oder mein eigener Erfahrungsbericht, dass es echt sinnvoll ist, über die lange Zeit regelmäßig was zu sparen und so muss die Rate getimt werden, dass man es einfach nicht merkt, das ist dann meiner Meinung nach das ist. Ich glaube wichtig ist, dass du am Anfang schon dich selber diszipliniert hast, deswegen ist ja auch häufig eine Immobilie, eine selbstgenutzte, finanziell nicht immer zwingend die beste Lösung, aber da kannst du halt nicht sagen, ich spare jetzt mal zwei, mal nicht an die Bank, sondern ich spare es für mein iPhone, für den Urlaub, sondern du wirst zum Sparen gezwungen. Ich habe ja vor kurzem mit dem Sohn meines Cousins unterhalten, ihm auch gesagt, pass auf, du hast jetzt deine Ausbildung, gewöhn dir jetzt schon an, 10, 15 Prozent immer wegzulegen. Du verdienst mehr, du legst mehr weg. Du gewöhnst dich einfach dran, weil ich kenne es von mir, ich habe meine Ausbildung 93 angefangen und am Anfang hat man halt gelebt. Ich habe nicht 100 Euro zur Seite gelegt, sondern ich habe so, ja, also nicht, dass du es auch nicht gelebt hast, aber ich habe relativ viel auf den Kopf gehauen, einfach. Und da muss ich sagen, wenn man schon früh sich damit begnügt zu sagen, 10 Prozent müssen immer zur Seite gelegt werden, dann tut es irgendwann gar nicht mehr weh. Und das ist, was du gerade beschrieben hast, das ist ein Automatismus und es macht es so leichter. Und ja, mit meinem Beispiel, selber Timing managen, das ist natürlich schon wieder was mit Zeitaufwand, mit auch, da kann man auch mal daneben liegen, das muss man bewusst dann tun wollen. Wenn man aber sagt, feiern für Gott, ich zitiere nochmal Albert Warnecke, das beste Depot ist das eines Totens, weil er einfach sagt, lass das Ding laufen, einfach laufen lassen. Wenn du nicht gerade den absolut schlimmsten ETF ausgewählt hast, da kommen wir gleich dazu, dann kann das Ding eigentlich nur nach oben gehen, langfristig. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt und ich glaube, dann hat man als ETF-Investor irgendwann verstanden, ja, Sparbuch, ich lasse es liegen, brauche ich für Notpuffer, aber für was anderes, zum Beispiel die Altersvorsorge, das ist halt nun mal für viele das Endziel, dass man sagen muss, die beste Investition im Alter soll nicht so ein Flaschenpfandgreifer sein, weil was passiert, wenn ein Flaschenpfand irgendwann abgeschafft wird, keine Ahnung, da sollte man, oder man muss halt irgendwas aufbauen und ich weiß auch nicht, jeder hat einen Luxus, zu sagen zu können, ich kann 100 Euro zur Seite legen, aber man muss sich halt überlegen, jetzt 100 Euro zur Seite legen und dafür halt nicht jedes Jahr ein neues Telefon sich holen, dafür aber vielleicht im Alter halbwegs würdig leben, weil ich auch nebenher was angespart habe, ist sicherlich nicht das Dümmste und jetzt zur Aussage, ja, wenn ich jetzt anfangen würde, wenn jetzt jemand zu dir sagt, okay, Markus, keine Beratung, keine Empfehlung, ich habe es verstanden, ich sollte mich mit dem ETF beschäftigen, mit welchem sollte ich denn als Anfänger, deiner Meinung nach, anfangen, muss ich dann hier 10 verschiedene ETFs lesen, muss ich wissen, was ein Index ist, wie das funktioniert übrigens, 5 Gründe, oder 5 Dinge, die ihr wissen sollt, bevor ihr ein ETF kauft, dazu drehe ich noch ein Video mit Jürgen Dietrich, mit unserem Chefhändler, da gehen wir auch drauf ein, aber was wäre denn deine Meinung, welchen ETF kann man am Anfang einfach mal benutzen, ohne sich allzu viele Gedanken machen zu müssen? Ja, also das kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann für sich machen will, wie viel Energie man reinstecken will, aber gehen wir mal von der einfachsten Art und Weise aus, geht ja, es geht dann da aus meiner Sicht darum, dass man in möglichst viele Aktien investiert, also so breit wie möglich streut und wenn man sich dann anschaut, wie so Indexanbieter den Kapitalmarkt aufteilen, also ich nehme da immer das Beispiel von MECI her, die teilen die Welt erstmal in Industrie, Schwellenländer und Grenzmärkte ein, Grenzmärkte sind also noch unterhalb der Ebene von einem Schwellenland, also ganz weit unten in der Entwicklung der Volkswirtschaft, deswegen konzentrieren wir uns mal auf Schwellenländer und auf Industrieländer, Industrieländer ist USA, ist Deutschland, was weiß ich, Frankreich und so weiter und Schwellenländer ist zum Beispiel China, da kann man sich drüber streiten, ist Indien, ist Brasilien und so weiter, nur um das so grob einzuordnen und die Indexanbieter teilen sozusagen diese Länder in diese zwei Gruppen und jetzt, wenn man sich das so als Grafik vorstellt, dann gibt es einmal links die Gruppe der Industrieländer, da gibt es ETFs drauf, rechts die Gruppe der Schwellenländer, da gibt es ETFs drauf, es gibt jeweils auf die einzelnen Länder ETFs oder auf die Gruppe von allen, also Gruppe Industrieländer, Gruppe Schwellenländer und dann gibt es noch ETFs, die drüber liegen, die beides beinhalten. So und jetzt kann ich also entweder in einer ganz simplen Art und Weise mir einfach einen ETF raussuchen, der in Industrie und in Schwellenländer investiert, dann habe ich die gesamte Welt, das sind dann ETFs, es gibt eine Range von, sagen wir mal, vier bis, keine Ahnung, acht, neuntausend Aktien, die ich dann da investiere, es kommt ein bisschen darauf an, wie der ETF dann zusammengestellt ist und der Index im Detail und wenn ich in die nur Industrie oder nur Schwellenländer, dann habe ich wahrscheinlich beim MECI World, das ist der bekannte Index, habe ich dann so 1800 Aktien und beim MECI Merchant Markets weiß ich es glaube ich gar nicht ganz genau, ich glaube 800 oder so sind da drin, so dass man halt da diese Range hat und das wären sozusagen die einfachsten Varianten, also wenn ich es ganz einfach will, kaufe ich mir einen MECI ACVI für All Country World Index, also alle Länder der Welt und wenn ich es selber mir gewichten will, dann kaufe ich den MECI World oder ETFs, die den MECI World abbilden oder ETFs, die den MECI Merchant Markets abbilden. Das sind sozusagen die Urformeln und dann gibt es darauf basierend, wenn man tiefer einsteckt, noch ganz viele Abwandlungen mit Nachhaltigkeitsfiltern, mit bestimmten Charaktereigenschaften, Filtern, also zum Beispiel nur Value oder nur Wachstumsaktien, ganz viele verschiedene Facetten, Dividenden, ETFs und und und, aber so von der ganz einfachsten Herangehensweise ist es so, wie ich beschrieben habe und so würde ich wirklich für jeden Einsteiger, für Kinder sparen, würde ich eigentlich empfehlen, weil dann braucht man sich da keine Gedanken machen, dass man irgendwas falsch macht und Blätter nebenlegt. Man kann am Ende, also am Ende ist man in der gesamten Suppe investiert, sage ich mal, ja und wenn man dann mehr Erfahrung hat und zum Beispiel sagt, nee, China will ich gar nicht, dann kann man es auch wieder anders strukturieren, aber für den ersten Schritt, für die erste Phase ist die Gesamtsuppe, würde ich mal sagen, am besten und wenn man dann mehr Erfahrung hat, kann man es dann immer noch mal ein bisschen am bekömmlichsten. Was aber vielleicht auch wichtig zu sagen ist, wenn man jetzt diesen MSCI World nimmt, also die Industrieländer, das klingt jetzt mal weltweit World, muss man halt berücksichtigen, die sagen jetzt nicht, es gibt x Aktien und jede ist ein Prozent wert oder ein Promille, sondern die sagen sich halt, in welchem Aktienmarkt liegt wie viel Kapital insgesamt und wenn ich ein MSCI World mir kaufe, hätte ich Stand jetzt 72 Prozent amerikanische Aktien drin. Das ist ja der Grund, warum du gesagt hast, wenn man das nicht haben will, kann man manuell die Schwellenländer und diesen MSCI World, schrägstrich 72 Prozent USA, das nächste sind mit 5,6 Prozent Japan, also da kommt dann lange nichts, kann man auch manuell aufteilen. Aber andererseits muss man auch sagen, in den USA sind halt die wertvollsten Unternehmen der Welt momentan und die verdienen ja nicht nur in den USA, die verdienen ja auch weltweit Geld. Also einmal ist es oft ein Kritikpunkt, MSCI World ist so amerikanisch lastig, ist aber auch der Punkt, warum das Ding vielleicht relativ gut läuft und die Unternehmen verdienen ja auch weltweit. Also es muss nicht unbedingt schlimm sein und ich stimme dir ganz klar zu, für den Anfang ist so ein Ding möglichst einfach, keep it simple and stupid, Sparvertrag auf nur einen und nicht auf fünf verschiedene ETFs, die man sich irgendwo zusammenklöppelt und dann laufen lassen und was ich dann feststelle, das hat manchmal den Leuten das vollkommen genügt. Es gibt aber auch dann welche, die sich mit ETFs doch anfangen, mit Börsen, mit Wirtschaft zu beschäftigen und was ich spannend finde, jetzt werde ich die Meinung an dich, was du von sowas hältst, sind auch manchmal Branchen-ETFs. Ich habe es im Einstieg ja gesagt, zu Corona-Zeit ein Branchen-ETF auf die Reiseindustrie wäre wahrscheinlich die falsche Entscheidung gewesen, aber zu Corona-Ausbruch sich ein ETF kaufen, der mit Cyber Security sich beschäftigt, ich habe keine Ahnung vielleicht, welche Aktie gut wäre, aber ich glaube, die Branche, die wird in Zukunft gut laufen. Ich bin bereit, mich vom Durchschnitt zu entfernen, weil der Durchschnitt ist MSCI World. Kein Risiko, keine Chance, du hast den Durchschnitt und langfristig läuft es gut. Und wenn man sich von dem Durchschnitt entfernen möchte, gibt es halt welche, Tourismusbranche schlechter, andere Branchen besser. Sagst du, irgendwann kann man dazu tendieren oder sagst du, komm, das ist halt dann doch wieder eine Wette, weil ich auf eine Branche wette und dann muss ich wieder aktiv gucken, wie lange läuft der besser, wann gehe ich wieder zurück. Wie ist deine persönliche Meinung zu Branchen-ETFs? Ja, also die persönliche Meinung ist, auch aus Berufswegen, ich finde, die Produkte sind insgesamt eine Bereicherung in der ETF-Landschaft, weil es uns dann auch die Möglichkeit gibt, muss man ganz ehrlich sagen, halt auch andere Themen einfach mal zu thematisieren, weil sonst, wenn man nur über ein MSCI World oder so spricht, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich finde es auch super spannend, weil so Themen-ETFs, die also Aktien aus einem bestimmten Segment, Sektor oder sowas bündeln, eben überhaupt mal mich in die Lage versetzen, mal auch, ich sage jetzt mal bewusstes Wort, so Wetten einzugehen, ja, also zu sagen, okay, jetzt ist Goldpreis super gestiegen, vielleicht Goldminenaktien, dass die irgendwie hinterherziehen oder vielleicht noch besser Silberminenaktien, ja, und da muss ich eben nicht aufwendig Research betreiben und mir da jetzt irgendwelche Aktien raussuchen, sondern ich kann da relativ simpel aus den verfügbaren Themen-ETFs mir das Thema anschauen, zugänglich machen und dann halt einfach investieren. Das ist grundsätzlich mal gut und es macht Spaß, sich mit unterschiedlichen Anlagethemen zu beschäftigen. Gerade auch für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen aktiver an der Börse sind und vielleicht auch eine aktivere Meinung haben. Also ich kann das bei mir zum Beispiel sagen, es ist oft so, dass ich in irgendeinem Börsenmagazin, weil das lese ich halt von Berufswegen auch, um so up-to-date zu bleiben, lese ich irgendeinen Artikel, da steht dann eine Aktie drin, über, was weiß ich, einen Cloud-Anbieter. Dann wird da beschrieben, dass dieses Segment super sich entwickelt und, 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 und. Und dann gucke ich mir die Aktie an und dann kann man bei uns auf der Webseite schauen, in welchen ETFs ist denn die Aktie? Dann kommt man vielleicht auf einen Themen-ETF, dann kann man sich die anderen Aktien nochmal anschauen und dann kommt man irgendwie zu dem Schluss, okay, das ist ein sinnvolles Investment, jetzt kaufe ich mir den ETF, weil die Einzelaktien, das ist mal zu risikoreich. Also, und das finde ich eigentlich cool, weil das macht mich, das macht mich respektive dann andere Anleger einfach auch wieder ein bisschen mündiger, weil man einfach schneller auch Zugang zu bestimmten Themen kommt, die man so vielleicht nur sehr umständlich oder, wenn man dann nur auf eine einzige Aktie daraus setzt, sehr Risikoreichheit verdienen kann. So, das ist mal das Positive. Und das Negative ist, dass halt man da auch sehr viel Psychologie drin hat, ja, weil nur weil, nichts jetzt gegen dich, aber du hast gerade KI gesagt, nur weil jetzt alle von KI sprechen, heißt es ja nicht, Cyber Security war das Thema, zum Thema, alle sitzen im Homeoffice und klicken auf Katzenvideos. Ja, genau, also dann nehmen wir Cyber Security, stimmt, du hast das gesagt, aber nur weil sozusagen jetzt das ein Thema vielleicht auch in den Medien ist, heißt es nicht, dass das auch sich in den Aktienkursen widerspiegelt, weil es kann nämlich sein, dass der Markt das schon vorweggenommen hat und das vor Monaten schon an der Börse ein Thema war, aber noch nicht in der Allgemeinheit sozusagen bekannt war oder zumindest nicht in der breiten Masse und dann ist halt auch oft der Effekt, dass man, wenn man sagt, oh, das ist aber ein Thema, ui, da steigen auch die Aktien zum Beispiel jetzt doch wieder KI, dass man sagt, oh, da muss ich jetzt auch rein, aber währenddessen ist die Performance schon extrem gut gewesen und vielleicht hat man jetzt, weiß ich nicht, einen Tipping Point gerade gehabt, dass es jetzt eher wieder nach unten geht. Also dieses Muster, dass ein Thema da ist, das dann gehypt wird, die Börsenkurse nach oben steigen, dann noch mehr Hype da ist und dann viele investieren, die nicht so erfahren sind und dass es dann wieder in sich zusammenfällt, das sieht man öfters da und das ist dann natürlich ein bisschen problematisch, deswegen muss man da beim Investieren, gerade auch beim langfristigen Investieren, halt schon aus meiner Sicht sehr nah dranbleiben und das immer wieder auch beobachten und da es wirklich als Satellit sehen, also mein Kerninvestment breit streuen und vielleicht, wenn man das möchte, kann man dann noch was beimischen, wenn man sich des Risikos bewusst ist. Eine Anmerkung dazu noch, man muss sich ja so vorstellen, wenn ich jetzt in die gesamte Welt investiere, also Aktien, Industrie und Schwellenländer, so wie vorher besprochen, dann habe ich da ja auch KI-Aktien drin, ich habe da ja auch Cybersecurity-Aktien und alles andere auch drin und wenn sich, du hast es vorhin erwähnt, diese Indizes bilden sich nach der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen ab, also je wertvoller ein Unternehmen wird, desto höher wird es in den Indizes gewichtet. Jetzt machen wir mal ein blödes Beispiel oder nee, wir machen mal ein Beispiel aus der Praxis. Rüstungsaktien, die sind in den letzten Monaten, bedingt durch diese ganzen Krisenherde, massiv im Wert gestiegen. Ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass deren Gewichtung in diesen Indizes auch entsprechend nach oben gegangen ist. Das heißt, ich habe durch so ein breites Investment dann auch automatisch die Themen drin, die sich langfristig positiv entwickeln, weil vor ein paar Jahren waren vielleicht Finanzwerte sehr populär in den Indizes, jetzt sind es gerade Technologieaktien, also das ist ja auch so ein dynamisch und lebendes Konstrukt. Und du hast ja angesprochen, eine Wette und genau das ist es, deswegen sagte ich ja auch, du wettest halt, dass sich eine Branche besser entwickelt, als der Rest und am Schluss, nach dem Ende des Tages oder des Jahres sieht man halt, ob die Wette aufgegangen ist, ob ich eine Branche erwischt habe, die besser gelaufen ist oder halt eine, die schlechter gelaufen ist. Und ein schönes Beispiel zum Thema Hype, wir hatten ja Wasserstoff schon vor einigen Jahren, in der Vergangenheit war es ein tolles Thema und es wurde breit getreten, Wasserstoffaktien sind durch die Decke gegangen, weil man sich dann zum Beispiel Wasserstoff-ETF-Aktien gekauft hätte, wären wir lange Zeit nicht wirklich glücklich damit gewesen. Und deswegen, ja, Satellit ist ein schönes Beispiel, es gibt also die Möglichkeit zu sagen, ich habe meinen festen Kern, da habe ich einen MSCI erhöht. So, da habe ich jetzt auch schon 20.000 Euro investiert. Meine 100 Euro Sparrate habe ich schon auf 250 erhöht. Ich gehe jetzt auf 200 Euro runter und mache vielleicht 50 bereitwillig auf so einen Satelliten mit einem höheren Risiko, mit einer höheren Chance. Aber das ist jetzt wirklich was, wie wir uns auch gesagt haben, das ist definitiv kein Muss, weil, so wie du es schön erklärt hast, auch mit jedem normalen, weltweiten ETF, wenn eine Branche gut läuft, wenn die Aktien steigen, habe ich auch automatisch von diesen Aktien mehr in meinem langweiligen, einen einzigen Welt-ETF drin. Und das muss einem auch bewusst sein, dass man auch da mit besseren Branchen mitläuft. Letzte kleine Frage aber noch an dich vielleicht, jetzt eine Kritik an der ETF. Häufig wird ja auch gesagt, die ETFs befeuern das ganze Jahr. Die sind ja auch ein Grund dafür, dass jetzt diese wichtigen 7K- oder Tech-Aktien so extrem überbewertet sind, weil die die einfach mit Geld, Entschuldigung, zuscheißen, zu ballern und deswegen steigt der Markt ja auch so irrational. Was ist da deine Meinung? Haben ETFs schon auch vielleicht von der Seite aus was Negatives? Oder sagst du ja, ob jetzt jemand direkt wegen dem ETF das tut oder selber die Aktien realisiert und sagt, die läuft super. Ist gleich. Also wie ist deine Meinung dazu zu dem letzten Thema? Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also bleiben wir mal nochmal bei diesem Themen ETFs. Wenn ich jetzt heute ein Thema habe, was über einen ETF auch abgedeckt wird und dieses Investment-Thema ist super, ist ein super interessantes Thema und entsteht plötzlich ein Hype. Dann fließt über ETFs halt sehr schnell Geld rein, weil ich den kann ich an der Börse kaufen und am nächsten Tag ist es sozusagen oder das wird dann unmittelbar auch in die Aktien investiert, die da in dem Index drin sind und das könnte dann schon so einen gewissen Hype herbeiführen. Aber dieses Argument hat sich mir nur nicht so ganz erschlossen, weil es ist ja nicht so, dass ein Hype-Thema ein Thema nur von ETFs abgedeckt wird, sondern es gibt ja auch in der Regel auch andere Investment-Fonds oder auch Kunden, die direkt in Aktien investieren in diesem Thema. Also wenn jetzt heute KI wieder durch die Decke geht, natürlich wird Geld in ETFs investiert, aber es wird in Fonds investiert und viele Leute kaufen auch so die Nvidia-Aktie und das führt ja alles dann zu einem Hype. Also ich sehe das noch nicht so, ehrlicherweise, dass die ETFs da jetzt so maßgeblich da irgendwelche Überbewertungen auslösen, aber natürlich in der Theorie. Wenn alle nur noch passiv, also über ETFs investieren, dann fließt das Geld kanalisiert in diese Aktien oder es gibt auch andere ETFs, aber in die Aktien, die diese Indizes abbilden. Aber die alte Welt war ja so, dass Fondsmanager aktiv entscheiden, welche Werte kaufe ich und die bilden aber ja auch in der Regel einen Markt ab und sind irgendwie an eine Benchmark, also an einen Vergleichsindex gekoppelt. Also so massiv unterschiedlich sind die Portfolios ja dann gar nicht. Also wenn jetzt Anleger da investieren, dann gibt es genauso auch Leute, die da investieren und deswegen sehe ich das so nicht, was was sein kann. Aber auch das ist in der heutigen Finanzwelt, es gibt Derivate, es gibt Futures, da kann ich so schnell Positionen auf und zu machen. Das Argument, dass jetzt zum Beispiel dadurch, dass man ETF schnell auch wieder liquidieren kann, also schnell verkaufen kann, dass das dann nochmal zu einer zusätzlichen Beschleunigung in so Crashphasen oder in irgendwelchen Panikphasen führen kann. Das könnte ich mir schon vorstellen, was einfach ein schneller handelbares Vehikel als ein klassischer Fonds ist, aber da weiß ich jetzt nicht, da gibt es sicherlich Studien, die das schon zigmal analysiert haben und wenn man halt nur wegen einer schlecht laufenden Aktie sagt, oh Gott, oh Gott, der Markt geht runter, ich verkaufe, dann verkaufe ich den ganzen Markt. Aber ich sehe es wie du, es ist wirklich sehr unkenrufen. Es ist definitiv, wenn irgendwann 99% des ganzen Aktienmarktes nur in ETFs sitzen, dann macht es wieder Sinn zu sagen, ich suche mal einzelne Werte heraus und versuche gegen den Markt mal zu laufen. Aber es stand jetzt immer noch weit, weit davon entfernt, dass die Aktien lediglich in Fonds und ETF-Portfolios drin sitzen. Und so lange sollte man, bin ich der Meinung, den einfachen, gemütlichen Weg definitiv nutzen. Spannend ist es immer, ich finde es total interessant, manche Leute kommen von der Einzelaktie zum ETF, weil sie sagen, bei den Einzelaktien, ich habe es versucht, ich bin so dermaßen daneben gelegen, jetzt mache ich es lieber mit dem ETF. Und genauso gibt es welche, die fangen mit ETFs an und gehen nachher mal zu Aktien, sind auch damit glücklich. Egal wo. Ich glaube, wir sind einer Meinung, wenn ich jetzt mir erlauben darf, so einen Schlussbild hier zu sehen, ETFs gehören in jedes Portfolio rein, egal ob man damit anfängt oder später dazu kommt. Es macht definitiv Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wir haben jetzt auch mal ein paar Nachteile versucht anzuschauen. Ich glaube, das ist ein relativ schönes, rundes Programm. Ja, ich glaube auch, vielleicht ergänze ich das noch, ETFs sind, der große Vorteil von ETFs sind für mich die Transparenz und das sind ja immer diese Kernvorteile, die aber in der aktuellen, weil der Informationsstand von Anlegern ist ja so groß, ETF weiß ich, bilden ihnen nichts ab. Aber diese Kernvorteile, die muss man sich einfach noch mal vor Augen halten. Ich bin da manchmal auch so überrascht, was da auch für ein Wettbewerbsdruck bei der ETF-Branche herrscht. Also es gibt jetzt zum Beispiel S&P 500 ETFs, wo man mit 0,03% Gebühren in diesen ETF investieren kann in Deutschland, wo man handeln kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich habe 1000 Euro, meinetwegen, oder 100 Euro über den Sparplan. Oder es gibt ja auch schon einen Euro Sparplan. Aber machen wir 100 Euro. Ich investiere die 100 Euro in diesen ETF. Der wiederum investiert dann in 500 Aktien in Amerika. Und das Ganze kostet mich 0,03%. Sind es 3 Cent? Ich weiß gar nicht. Im Jahr. Also das ist so effizient und kompetitiv. Und ich muss mich eben nicht als Privatanleger um irgendeine Titelauswahl kümmern, sondern es wird alles für mich gemacht. und ich bin mit 500 Aktien in diesem Beispiel jetzt in Amerika investiert und decke eigentlich alle wesentlichen Aktien in dem ganzen Markt. Aber das ist einfach super. Wenn man sich das vorstellt und das kann ich bei einer Online-Bank im Zweifelsfall noch für einen Euro oder für gar nichts oder für wenige paar Euro handeln. Das ist einfach sensationell. Das ist wirklich die pure Demokratisierung der Geldanlage. und welche wirklich faszinierenden Möglichkeiten der Anleger heute haben, wirklich wie Profis und damit meine ich aber auf einer Ebene wie Profis Vermögensaufbau zu betreiben. Und der ETF an sich ist da einfach ein brutal effizientes Vehikel dafür. Und natürlich gibt es das eine extrem positiv, wie ich gerade beschrieben habe, mit so ultraniedrigen Gebühren. Aber es gibt auch andere. Das sind dann vielleicht die Themen-ETFs oder noch andere Produkte. Aber es gibt in unserer Datenbank glaube ich über 4000 ETFs. Also da ist für jedes Tierchen sein Pläsierchen. Ja, da gibt es wirklich für jede Anlagestrategie irgendwas. Und das ist einfach das, was mich immer wieder fasziniert, wie ultra einfach man das sich machen kann und trotzdem wie auch komplex man das machen kann. Einfach so, wie man das möchte, wie es zu einem selber passt. Und das ist das, was mich auch wirklich immer wieder fasziniert und mich auch so lange jetzt schon, wir haben die Firma 2007 gegründet, so lange an dem Thema ETF hängen bleibt, weil es einfach wirklich was Gutes ist. Ich will einfach mal sagen, ich lasse das stehen, weil ich bin hier eh der Gast und ich kann noch nicht dazu sagen nach deinem Schlusspedulier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich zu diesem Eröffnungsgespräch dabei sein durfte. Wir sehen uns sicher auf irgendwelchen Börsentagen 100% wieder und vielleicht auch hier digital nochmal. Auf jeden Fall. Danke für deine Zeit und ja, ich hoffe, da war der Motivationstalk, den wir hier gemacht haben, der hat den einen oder anderen nochmal aufgeschreckt und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach gerne die Kommentarfunktion nutzen, da gehen wir natürlich drüber und ansonsten auf jeden Fall bitte jetzt dranbleiben, die Börse Stuttgart YouTube-Kanal anschauen, den extra ETF YouTube-Kanal in den nächsten Tagen verfolgen. Wie gesagt, da gibt es ein tolles Programm. Ihr findet auch in der Videobeschreibung einen Link mit allen Themen, die wir so uns vorgenommen haben. Also am besten dranbleiben, alles abonnieren, anschauen und viel lernen in einer Woche, ein bisschen Zeit investieren und zum perfekten ETF Investor werden. Danke für deine Zeit, Ritchi. Ciao. Bis dann. Ciao. So, das war das Gespräch mit Ritchi Dietrich von der Börse Stuttgart. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für deine persönliche Geldanlage mitnehmen und wir konnten dir ein bisschen die Angst nehmen, wenn du heute noch nicht in ETFs oder in den Kapitalmarkt investierst, dass es eben Sinn macht, diesen Schritt jetzt endlich zu wagen. In dieser Woche haben wir noch viele weitere Videos rund um das Thema Geldanlage mit ETFs, denn wir befinden uns ja in unserer ETP-Themenwoche. Das heißt, du findest auf dem Kanal von Extra ETF ja sowieso ganz viele Videos, aber ganz viele ganz speziell in dieser Woche zum Thema ETFs und natürlich auf dem Kanal von der Börse Stuttgart. Also am besten schaust du auf beiden Kanälen mal vorbei und informierst dich über die Geldanlage mit ETFs und dazu wünsche ich dir jetzt viel Spaß und natürlich sonst auch viel Erfolg bei deinen Börsengeschäften. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.